Hallo, herzlich willkommen zu ZVEI Nachgefragt hier aus Berlin vom ZVEI-Jahreskongress 2015. Wir sprechen über die Themen, die die Elektroindustrie bewegen und ein großes Thema, das sind die Herausforderungen für die deutsche Elektroindustrie vor dem Hintergrund der weltweiten Umbrüche und darüber spreche ich jetzt mit dem Vorstandsvorsitzenden von Infineon Technologies, Dr. Reinhard Ploss. Guten Tag. Grüß Gott. Ja, es gibt jede Menge globale Herausforderungen. Wir haben den Klimawandel, wir haben eine alternde Gesellschaft, wir haben Bevölkerungswachstum. Ist das eine Chance oder ist das eine Bedrohung für die deutsche Industrie? Ich glaube, das ist eine große Chance für die deutsche Industrie, weil die Digitalisierung der Welt wird uns helfen, die Probleme zu lösen. Aber die digitale Welt hat heute keine Verbindung mit der realen Welt. Und da ist unser Potenzial vorhanden. Wir können als deutsche Industrie sehr gut die reale und digitale Welt verbinden. Was bedeutet das? Sie müssen letztendlich Geräte haben. Und ein kleines Beispiel dazu, der Rasenmäher, der automatisch über ihre Wiese fährt, sich selber zurechtfindet und den Rasen immer schön kurz hält. Das ist zum Beispiel ein solches Gerät. Und wenn der dann noch mit der digitalen Welt redet, ob Sie hier jetzt gießen müssen oder ob Sie düngen müssen, dann entsteht ein System, wo Sie mehr draus machen als nur den fahrenden Roboter. Und da gibt es sehr viele Potenziale. Energieeffizienz ist eines. Das Energienetz der Zukunft wird ja sehr viele Lieferanten und sehr viele Nutzer haben. Dies verbinden zu können, ist eines der ganz großen Themen. Sie haben es eben angesprochen, die reale und die digitale Welt wächst weiter zusammen. Welchen Beitrag leistet denn da genau die Elektroindustrie? Die Geräte, die die Sensoren haben, die die Daten von den Sensoren weiterverarbeiten und an die digitale Welt weitergeben und von der digitalen Welt hören, was jetzt am besten zu tun ist und das wieder in Aktion umsetzen. Das ist die Kernkompetenz der deutschen Industrie. Industrie 4.0 ist genau in dieser Richtung, wo man sagt, wir sind intelligente Automatisierung. Wir verknüpfen unsere Fertigungen. Aber auch das selbstfahrende Auto als Fernziel ist genau ein solches Gerät. Das strotzt ja nur von Sensoren. Und wenn man selber lenken will oder das Lenken dem Auto überlässt, dann brauchen Sie dort den Motor, der das macht. Sie haben es eben auch angesprochen. Digitalisierung ist ein ganz zentrales Thema und demzufolge auch die Datensicherheit. Wie anfällig ist denn die deutsche Industrie für Cyberangriffe? Die Bewusstsein über das Risiko, dass Cyberangriffe vorhanden sind, hat in der letzten Zeit stark zugenommen. Aber ich glaube, wir müssen hier noch sehr viel tun, um Cybersecurity, also erstmal den Schutz vor Angriffen herzustellen. Und viele Industrien, viele Firmen haben reagiert. Aber besonders der Mittelstand und die kleineren Unternehmen sind dafür nicht gewappnet. Ich glaube, die Initiative der Bundesregierung, diese Plattform für Cybersecurity zu schaffen, wo man sich über Angriffe und deren Art und Weise unterhält, ist sehr hilfreich. Weil man kann dann zu Hause nachschauen, passiert bei mir sowas auch. Denn Cyberangriffe sind lautlos und meistens unbemerkt, bis man den Schaden sieht. Und das unterscheidet sie ja von vielen anderen. Das ist ein Thema der Cybersecurity, das andere ist ja die aktive Sicherheit. Wie mache ich meine Geräte so sicher, dass niemand einbrechen kann. Das wird zu einer Kompetenz und so könnte aus dem Risiko des Angriffs, der nicht abgewehrt werden kann, die Chance, sichere Systeme zu etablieren, entstehen. Ein Problem bei dem Thema Cyber-Sicherheit oder auch den Cyberattacken ist, dass viele Unternehmen nicht darüber reden wollen, wenn was passiert ist. Was können denn Unternehmen tun und wo ist da vielleicht auch die Politik gefordert? Ich glaube, der Mann auf der Straße kann mit einer solchen Nachricht nichts anfangen, so und so viele Daten wurden geklaut, das greift er nicht. Sondern was wir schon brauchen, ist letztendlich eine durchaus vielleicht anonymisierende Plattform, wo man hinmeldet und sagt, das ist bei mir die Attacke gewesen, das war bei mir das Problem. Wo man nicht sagt, derjenige, der hat das nicht hingekriegt, weil man dann auch immer wieder in Erklärungsprobleme kommt, sondern es passiert ja sehr regelmäßig. Wenn aber das dann als Information genutzt wird, auf der einen Seite, um besser zu werden und dort, wo Schaden entstanden ist, diese vom Bürger abzuwehren und letztendlich Plattformen bereitzustellen, wo man dann identifizieren kann, bin ich betroffen oder nicht. Das sind durchaus hilfreiche Möglichkeiten. Unser Unternehmen ist da sehr offen, bei sowas mitzumachen. Vielen Dank, Herr Plotz, für das Gespräch. Ja, das war ZVEI nachgefragt aus Berlin vom ZVEI-Jahreskongress 2015. Morgen gibt es zwei weitere Folgen, dann sind die Themen Industrie 4.0 und Digitalisierung. Vielen Dank.